so da sind wir und weiter geht es mit assassin greed odyssey yes wir werden immer noch gesucht hier und zwar werden wir gesucht von zwei söldnern genau der eine ist stufe 11 und der andere ist stufe 12 wir sind gerade mal stufe 10 ist das nicht ein bisschen unfair so hier ist ja noch einer der hier kann aus der gerissene der ist ja immer bei dieser schlacht aufgetaucht bei der hauptquest letzte anstrengung genau das war die das war hier oben bestienrufer der bestienrufer kann man ja auch einiges okay das kann man auch hier oben zeus das war der hafen dann haben wir ja noch ein paar nebenquests da aber schauen wir uns hier mal rum es gibt ja zwei tafeln eine da und eine da hier in megaris megaris da gibt es auch noch so ein tempel ach den habe ich schon ausgeschaltet sind befehlshaber 1 von 1 9 ich kann mir denn jetzt schon irgendwie kalt machen da taucht ja nicht bei dieser schlacht auf das kann doch auch gut sein aber wir können jetzt noch mal ein bisschen ja gehen ja noch mal zu dieser tafel die auch noch mal was da drauf steht bei einer ganzen tempel ja und die ganzen anlagen das war da das ist da hinten ach da oben ist das aha da oben ist auch irgendwo jetzt der der söldner der uns immer nervt ne gehen ja nur mal gucken gehen ja nur mal gucken schauen wir mal wie es da aussieht ja gehen wir gehen einfach noch mal gucken greift der uns an eigentlich nicht ne wir werden jetzt nicht wir werden doch gesucht eigentlich müssen wir uns so angreifen heiligtum der athene okay der ist da oben ganz oben ne bestimmt so ein gesicherter bereich der schläft da unten ne das ist so ein geschlossener bereich alter ne der sagt bestimmt jetzt hau ab hier söldner wie du sind hier nicht erwünscht sie werden nach mir suchen ich muss vorsichtig sein werden nach mir suchen ja okay so was sagt hier die tafel oh was ist das hier alles gibt da Geburtsprobleme ich brauche Hilfe um ein paar Soldaten zu erleben die gehen ich kann zahlen ja können wir so mal annehmen ist da jetzt ganz nah dran 200 Meter 283 vielleicht ist es ja hier auf dem Weg jetzt gerade oh sorry Quest verfolgen oh da sucht mich der jetzt wieder ne ne hat der nicht schon kalt gemacht ne Stufe 12 ist da also die nerven echt die nerven ja die Jungs da ist doch der andere ich wollte ja nochmal gucken oh der ist direkt da ne äh warte sieht uns ich doch mal bitte wie kann man denn so Schaden machen schnell Angriff alter der gerissene sehr gut ausgewichen so geht das ne geil haben wir den vielleicht sollte ich mehr Söldner zur Strecke bringen sehr cool der hat uns immer genervt der kam immer da bei dieser Schlacht ne hoffe ich mal kommt er jetzt nicht mehr Söldner so was gibt es jetzt hier was gibt es da äh einen Schatz zu plundern gibt es hier Grab kann man das nicht einnehmen wie Kausdolch okay das Zwecher der ist viel Zwecher wie unsere jetzt einer hier oben oder was ja also ja Gold und Geld also hier war jetzt kein gibt es noch einen Schatz zu plundern äh den wollte ich gar nicht den auch nicht hat er noch was gefunden einen Apfel einen Apfel ich geh doch mal weg jetzt hier mit deinem Geräusch so ist das da Schatz äh ich komm da nicht ran cool haben wir den Ort auch ne ha so schnell geht das sehr nice dann nehm ich das auch noch mit hier bisschen Holz 66 Meter da draußen einer du bist noch da ich bin keiner alter ist ja gut jetzt aufheben wir werden immer noch gesucht mit der Hebamme das war diese Nebenmission ne oh da kommt einer sehr nice da haben wir den auch nochmal abgecheckt egal egal ist da oben sind noch mehr Soldaten ne ist irgendwie keiner und nichts keiner und nichts cool dann haben wir das auch eingenommen ne das haben wir auch eingenommen das ist nur hier der eine der letzte hier da unten läuft aber schon der eine Kopfgeldjäger ne machen wir da jetzt was äh da was besseres 161 158 159 ein sperr äh was gab es da noch da gab es noch solche 149 das brauchen wir aber nicht da haben wir jetzt nochmal die Questgegenstände die brauchen wir auch nicht so das würde jetzt heißen wir sind jetzt hier oben ne hier gibt es noch das hier zu machen so ne Festung neben Quest aha Geburtsprobleme empfohlen Stufe 9 mit der Hebamme ne ich würde gerne aber diese Hauptquests machen und äh ja das hier diese Schlacht die würde ich gerne machen dafür müssten wir warte ich öffne nochmal die Karte dafür müssten wir jagt doch Vicaros achso endlich bei Doleus genau da kann ich mich melden dass wir den jetzt kalt gemacht haben das war ja unsere Aufgabe und dann von da aus gehen wir nach da ne können wir hier irgendwie können wir nicht ne Stock na gut erstmal dahin das ist das Ziel von mir aus auch hier oben wenn der unten da umlauert ist doch mal gut lass doch mal ein bisschen los wo ist hier echt immer so mich immer so lange suchen mega cool mega voll mega also dann nehme ich ja mal einen anderen Weg hier da wo die Blümchen sind das ist nämlich auch schön da siehste das ist doch herrlich herrlich ist es das das ist ja mal eine andere Sicht ja wa so 100 Meter unten so weit war das jetzt auch nicht komm ruckel 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 der Söldner Hyrkanos ist tot Sparta dank dir Söldner und was ist mit der Belohnung ich habe dir keinen Auftrag erteilt du hast aus eigenem Antrieb gehandelt doch sei versichert dass Sparta dir dankbar ist toll das ist ja einer jagd auf Hyrkanos Hyrkanos Fertigkeitspunkt sehe ich gerade schon die ganze Zeit habe ich auch schon gesehen aber nichts gesagt äh das kann man es lohnt sich seine Ausrüstung zu pflegen verstärke deine Rüstung um 30% heisse diese Fähigkeit zu um sie zu nutzen beschwör das Feuer des Viertels für 50 Sekunden richten Nahkampfwaffen und Standardpfeile Feuerschaden an wenn ihre Feuernzeige voll ist fragen die Gegner an zu brennen schockwelle macht alle Gegner im Umkreis von 3 Metern bekommen benommen und richtend 150% Kriegerschaden an aha jetzt machen unsere Waffen Feuer okay Punkte ausgegeben die Quest das ist ja die Dings was ist denn mit dem Schiff hier so gibt es hier was Neues noch sind wir ja nicht mit dem Schiff unterwegs ne äh da aha okay achso das war die eine die wir angeheuert haben okay Rang 9 wir sind jetzt Rang 9 siehste der ist jetzt mit dem Kopf nach unten unentdeckt okay das ist der Bestienrufer den haben wir schon mal gesehen ne wir sind wir sind uns schon mal begegnet sagen wir es mal so so ich wollte jetzt äh kann mir einer sagen wo ich bin da müsste ich eigentlich hin links von mir echt da hinten ich gehe mal hier entlang ähm warte ich guck mal hier den Fogos der Fogos der macht das komm Fogos guck mal los was wer denn 50 Meter da drin ist ja boah da greifen die alle an ne hi bist du bereit die Athena zu vernichten wirklich nicht aber wir versuchen es mal ähm auf wenn ich lacht ich bin bereit ich bin bereit für den Krieg für Sparta so zack schon mal weniger du auch weniger warte ich mache schon noch fertig ha so muss ich jetzt hier die hier wieder äh boah oh wie schlecht da ist auch schon mal einer weniger so wo sind es jetzt noch mehr diese besondere Generäle oder Hauptmänner oder ich nehme mal so da ist der also das ist jetzt unfair hier ist wieder der spielstand Bisschen Tritt, er steht direkt wieder auf ne? Warte dann nehme ich dir das Schild ab. Der auch weg, weg damit. Auch einer weniger. Alter, ich... Oh! So greifen die jetzt hier mit diesen zwei Mann an. Genau, Schild weg, grad ganz weg. Letzten Song. Okay, die blauen werden immer weniger. Was ist mit dir? Oh, der macht auch so nen Angriff. Warte. Bisschen Trittchen. Und noch einer weniger. Oh, ich bin doch ausgewichen. Entschuldigung. Wollte deinen Kollegen. So, haben wir das jetzt. Oh! 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 Was? Witz ich euch halt weg. So. Gebt ihr jetzt auf, oder? Wollte deinen Weg. Ab. Ja. Ja! 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 So, geben auf. Sieg, Alter! Wir haben uns cool, ne? Ja! Yes, 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 yes. Eroberungsschlachten. Sparta hat Athen erfolgreich besiegt. Der Staats Megaris steht nun an der Seite von Sparta. Belohnungen 4000 XP. Abgeschlossene Heldentaten. 20 Solange Töte nach 5 Hauptmänner. Sehr gut. Statistik. Statistik stimmt. Der Wolf verlangt den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Wieder guckte. Wie es scheint, kann ich mich wohl um dringenderes kümmern. Läuft wieder unruhig heute. Manchmal läuft er unruhig. Manchmal läuft er super flüssig. Okay. Letzte Anstrengung. Fest abgeschlossen. 10er 7. Rufenaufstieg. Yes. Da ist der Adlermann. So. Erstmal Inventar. Was war jetzt? Neun Helm. Wir hatten neun mit 41. Der hat 43. Und der sieht doch auch cool aus. 43. Zack. Dann haben wir hier 8. 49. 67. Sehr gut. 105. 115. Aber der hat ja noch ein Gift. Genau. Das war das. Was? Da kommt jetzt wieder so einer? Wolf erwartet dich. Du hast heute gut gekämpft. Für einen Söldner. Lass den Wolf nicht warten. Danke. Leute. Lass den Wolf nicht warten, meint er. Wartet jetzt da oben. Also gut. Was soll ich überhaupt sagen? Hm. Sagst du. Hi Dad. Ja. Dann lass mal mit den Quatschen. Wer hat ihn getötet? Du bist also der Held, dem wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Krieger würdig empfangen kann. Cherepater. Es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen. Du hast mich in den Tod geschickt. Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meine Schwester beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Kastandra sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Alexius. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es bringt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Wee. Bist du deshalb gekommen? Ich bin hier, um mich zu rächen. Ich bin hier, um Antworten zu bekommen. Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich beantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich. Und deine Schwester. Als wäre dir die Meiden gewesen. Aber das war dir nie. Was meinst du? Das ist deine Frage. Wie musst du deine Mutter stellen? Warte. Was? Finde deine Mutter. Sie finden? Sie finden? Wo Myrina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Alexios. Die Schlangen im Gras. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. Ich habe kein Problem damit, dich auszuschalten. Scheiße. Was macht er denn da? Wins. Wins. Oh. Ich habe mich doch... Ich bin doch ausgewichen. Komm her. Ha. Ausgewichen. Fall doch endlich um. Ha. Bleibt direkt liegen. Der nächste Söldner. Der nächste Söldner. Der nächste Söldner. Geil. Nicht mehr weglaufen und verstecken. Ha. Tod bestätigen. Armstiel des Tesors. Alter. So warte. Wir wollten jetzt erstmal hier. Wir wollten erstmal Inventar. Wir haben jetzt Nikolaus Schwertz. 161. 161. 161. Macht das auch. Legendär. 20% Schaden mit dem Fähigkeit. Spartaner. Spartaner. Tritt. Genau. 8% Schaden gegen Antena Soldaten. 7% Attentat. Kriegerschaden. Komm. Wir nehmen das. Wenn wir das auch noch gravieren lassen. Dann ist das doch unfassbar. Unfassbar. So was gab es da noch. Neuner. 39. Siehste. Pap direkt das nächste. Zack. Okay. Sprich mit Barnabas. Das ist es. Die nächste Mission. Fest. Alexos wusste, dass er seit seiner Konfrontation mit Nikolaus ein gezeichneter Mann war. Er musste aus Melkares fliehen oder sich den Zorn des gesamten Spartanischen Heeres stellen. Sprich mit Barnabas. Barnabas. Dann haben wir das auch gemacht hier. Dann haben wir das auch gemacht. Dann würde ich mal sagen. Machen wir als nächstes hier ein bisschen Megaris hier die Nebenquests. Gucken wir, was die da alles so bieten. Wann aber was ist am Schiff? Will er jetzt irgendwo wegfahren wieder? Der Barnabas? Und. Aber dieses gebiet ist es ja auch noch 11 bis 13. ist alles so nach stärke unterteilt hier 34 zu 38 wir machen hier aber eine pause mit dieser aussicht heute sag mal danke und bis dann